Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Graz und ich habe das letzte Jahr in den USA und genauer gesagt in einem Vorort von New York City verbracht. Ich habe als Au-pair gearbeitet, das heißt ich habe auf die Kinder einer Gastfamilie aufgepasst und habe dort gelebt gegen ein kleines Taschengeld und Kost und Logis. Mein schönstes Erlebnis war ein Helikopterflug über Chicago mit zwei von meinen Freundinnen, die ich in Chicago getroffen habe und das haben wir ganz zufällig entdeckt, das war ein ganz tolles Angebot und haben wir ganz spontan entschieden, dass wir jetzt einen Helikopterflug machen und es war extrem toll und eigentlich einfach atemberaubend und das werde ich nie vergessen. Ich habe mich zuerst im Internet informiert und bin dann auf mehrere OP-Agenturen gestoßen. Genauer informiert habe ich mich dann bei Auslandsinformationsmessen hier in Graz und ja. Mich hat mein Auslandsaufenthalt sehr verändert, würde ich sagen. Ich bin offener, mutiger und selbstbewusster geworden und ich habe auch keine Scheu mehr auf Englisch zu reden, was ich vorher schon hatte. Ich würde sogar sagen, dass es mir jetzt auf Englisch oft leichter fällt, mich auszudrücken, als wie in Deutsch. Und das war eine sehr spannende Erfahrung für meinen ganzen Charakter eigentlich. Ich würde allen empfehlen, sich einfach zu trauen, das zu machen, wenn sie daran Interesse haben, weil man so viel davon mitnimmt und es einem so viel gibt, dass ich mir wünschen würde, dass jeder diese Erfahrung machen könnte und es sich auf jeden Fall lohnen wird. Wenn man ein bisschen Mut hat und sich traut, den Schritt zu gehen, wird das sich auf jeden Fall bezahlt machen. Also ich habe hier eine Weihnachtssocke mitgebracht. Das ist ein ganz ein traditioneller Gegenstand in den USA. Das hängt meistens über einem kleinen Kaminfeuer zu Weihnachten und wenn Santa dann kommt, wird das gefüllt mit kleinen Spielsachen oder Naschereien. Und meine Gastfamilie hat für mich eben einen personalisierten Socken mit meinem Namen drauf gemacht, was mir sehr viel bedeutet und mich noch mehr als Familienmitglied hat fühlen lassen. Deswegen hat der für mich auch einen besonderen Platz in meinem Herzen und werde für ihn vielleicht auch dieses Jahr aufhängen. Das ist ein bisschen. Vielen Dank.